Jo Leute was geht ab? Herzlich Willkommen zu meinem neuen Video. Es ist endlich wieder mal soweit, nach acht langen Monaten ohne Mountainbiken habe ich es endlich wieder mal geschafft, dass ich für euch ein Mountainbike Video mache. Ja und den Drill, den ich euch heute zeige, der ist in Linz, in Leonding, um genau zu sein, am Kürnberg. Aber vorher möchte ich euch nur mehr Bike vorstellen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ja, bevor jetzt der eigentliche Trail beginnt, wollte ich nur dazu sagen, ich bin jetzt acht Monate lang nicht auf dem Bike gesessen. Und gleich nach den ersten paar Meter hat man gemerkt, dass ich einfach schon ewig nicht mehr mit dem Bike gefahren bin. Und zu meiner Verteidigung, ich bin das erste Mal auf dem Trail. Bei der Gelegenheit möchte ich euch daran erinnern, dass man bitte ab und 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 ab. Dann eine Abo da lösst und ein Like aufs Video. Es hilft mir enorm den Kanal wachsen zu lassen und nebenbei habe ich eine riesen Freude damit. Untertitelung im Auftrag des ZDF Das war's für heute. Im September 2022 ist einfach der Albtraum jedes Mountainbikers passiert. Mir ist mein Cube aus dem Keller gestohlen worden. Und das ist der Grund, warum ich mir das Track gekauft habe. Ich bin überglücklich, dass die Saison wieder angefangen hat. Endlich kann ich wieder auf Single Trails und in Bikepacks fahren. Was Geometrie und Federweg anbelangt, ist da von Bike zu Bike ein Riesenunterschied. Aber für die erste Ausfahrt bin ich mega zufrieden und gespannt, wie sich mein Track auf einer Downhill Line oder auf einer Jump Line anfühlt. Ich hoffe euch hat das Video gefallen und würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Und in diesem Sinne, bleibt gesund und aktiv am Bike. Ciao!